Hallo und herzlich willkommen in der Libubble. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Schon als Kind habe ich die Geschichten von Else Uri sehr geliebt, weil man dabei so richtig schön entspannen und ganz sanft einschlafen konnte. Auch heute noch gefallen sie mir wahnsinnig gut, weshalb es auch kein Wunder ist, dass wir schon ziemlich viele Hörbücher von ihr auf dem Kanal haben. Für heute Abend habe ich was ganz Besonderes rausgesucht, denn es ist eine Geschichte, die richtig toll auf die Vorweihnachtszeit einstimmt. Ich hoffe, sie gefällt dir genauso gut wie mir und wenn du auch die nächsten Hörbücher auf keinen Fall mehr verpassen willst, klick noch schnell auf Abonnieren und die kleine Glocke. Und dann würde ich sagen, mach es dir richtig schön bequem, kuschel dich ein und ich wünsche dir viel Spaß. Tannelfchen konnte nicht schlafen. Es wälzte sich in seinem Baumbettchen hin und her und schüttelte wohl schon zum zehnten Male das seidenweiche Mooskopfkissen aus. War das heute ein Singen und Klingen in dem nächtlichen Walde, ein Glitzern, Funkeln, Flimmern und Leuchten. Dort drüben an dem versteckten Waldweiher gab es heute Nacht einen großen Ball. Och, wer doch auch dabei sein könnte. Tannelfchen setzte sich in seinem Bettchen auf. Es spitzte die Ohren. Bis zum Tannhang klang die Tanzmusik herüber, ganz deutlich. Oh, dieser süße, schmelzende Walzer, so konnte nur Frau Nachtigall flöten. Und jetzt ein lustig hupsender Galopp, den geigten sicherlich die munteren Heimchen. In ihrem Bett begann Tannelfchen, nach dem Takte der Musik auf- und niederzuwippen, dass der Baum, in dem es wohnte, hin und her schwankte. Davon wachte die alte Muttertanne neben ihr auf. Kind, Immergrün, was machst du bei nachtschlafender Zeit für ein Lärm? Gähnte die alte Tanne müde. Gleich legst du dich wieder hin. Ach, Mutterchen, bettelte Immergrün, lass mich doch auch zum Ball gehen. Ich hab doch das schöne neue Kleid. Na, kommst du schon wieder damit? Die Mutter schüttelte so ärgerlich ihren grünen Wipfel, dass das Älfchen erschreckt verstummte. Du bist eine Edeltanne aus hochedlem Geblüt. Solch vornehmes Fräulein mischt sich nicht unter Kreti und Pleti. Ich glaube, sogar das gemeine Volk, Frösche, Pannen und Kröten hat heut Zutritt zum Ball. Du bleibst hier. Äh, Basta! Damit schneichte die alte Muttertanne auch schon wieder so kräftig, dass das Blaumeißchen, das sich in ihren Zweigen einlogiert hatte, erschreckt aufflatterte. Immergrün aber warf eigensinnig die goldenen Locken zurück. Und ich geh doch zum Ball, murmelte das trotzige Tannenälfchen, lauschte noch einen Augenblick mit angehaltenem Atem, ob Mutter auch wirklich fest eingeschlafen sei, und husch, husch, war sie aus dem Bett. Leise, ganz leise, schlüpfte sie in das neue, lichtgrüne Gasekleidchen, das mit zarten, hellen Spitzen besetzt war, drückte sich den glänzenden Stern in Zart zum Zeichen, dass sie ein Edeltannenälfchen sei, und steckte den Hausschlüssel ein. Und da schwebte sie auch schon lautlos über den weichen Moosteppich zum Waldweiher hin. Einen großen Bogen machte sie um die alte Tante Fichte, deren lange, graue Flechten unter der Nachtmütze hervor bis zur Erde herabhing. Ganz nahe klang jetzt das Gedudel, Flöten und Trommeln, und Herzklopfen stand immergrün auf dem Tanzboden. Man trat gerade zur Polonaise an. Und ein Tuscheln und Flüstern erhob sich, als das schöne, vornehme Elfchen plötzlich erschien. Durch die Reihen der Tanzenden aber drängte sich Prinz Mondenstrahl in silberglitzernder Uniform und führte immergrün zum Tanz. War das schön, war das wunderschön! Voran marschierten die Musikanten, die Nachtigall flötete, die Halmchen geigten, der große Brummkäfer strich die Bassgeige, und der Specht trommelte, was das Zeug hielt. Und dann kam gleich Prinz Mondenstrahl mit seiner Dame, denn das waren die vornehmsten aus der Gesellschaft. Daran schlossen sich all die Waldblümlein mit ihren Kavalieren, den lustigen Vögelein und den gaukelnden Schmetterling. Und das Tannenelfchen schielte gar eifrig herüber, ob das rosenrote Kleidchen von Fräulein Annemone, das himmelblaue Seidenkleid von Fräulein Vergissmeinicht und das violette Samtkleid des Fräulein Pfeilchen auch ja nicht schöner waren als ihr grünes Garseekleidchen. Den Schluss der Polonaise bildete das gemeine Waldvolk, Würmer, Raupen, Käfer und Kröten, Eidechsen, Kreuzottern, Schnecken und Ameisen. Und als letzter tanzte ein bejahter dicker Frosch in grünem Leibrock, dem der kalte Schweiß auf der kahlen Platte perlte. Trotzdem schimpfte er quakend auf seine Dame, die Schnecke, dass sie nicht mit den anderen Schritt hielt. »Diedele, Dideli, bumm, bumm, bumm«, so ging es um den sonst so stillen Waldweiher. Und das Schilfrohr nickte im Takt, und die Klatschrosen klatschten vor Freude in die Hände. »Jetzt kommt erst das Allerschönste«, sagte Prinz Mondenstrahl zu Immergrün, sie galant mit einem Farrenblatt fächelnd. »Großes Feuerwerk steht auf dem Programm. Sehen Sie, es geht schon los.« »Ach«, machte das Tannenelfchen vor Bewunderung. Da schossen sechs rote Glühwürmchen wie feurige Raketen in die Luft, jetzt sechs grüne, nun blaue. Grün, goldene und silberne Leuchtkäfer flogen gleich Leuchtkugeln glitzernd zum Himmel empor. Bald hier, bald dort, überall im Walde funkelte, blitzte und flimmerte es. »Was für eine Pracht!« Aber plötzlich, was war das? Das Feuerwerk erlosch, klitsch, klatsch, klitsch, klatsch begann es in schweren Tropfen zu regnen und die fröhliche Ballgesellschaft zerstobkreischend. Immergrün stand plötzlich allein in dem dunklen Walde. Prinz Mondenstrahl war von ihrer Seite verschwunden. Nur der große Brummkäfer, der über einen Maulwurfshügel gestolpert, lag mit seiner Bassgeige zappelnd neben ihr auf dem Rücken. Da machte auch Immergrün, dass sie ins Trockene kam und lief, was sie nur konnte, zum Tannenhaak. Puh, war das hier dunkel. Niemals war Immergrün so spät draußen gewesen. Welcher war nur Ehebaum? Sie zog den Hausschlüssel heraus, tastete sich vorsichtig von Tanne zu Tanne, aber soviel sie auch am Schlosse herumprobierte, der Schlüssel passte nicht. Sie fand ihren Baum nicht wieder. »Ach Gott, ach Gott, nun muss ich sterben!« jammerte Immergrün, denn ein Tannenelflein kann nur in seinem Baum leben. Zähne klappernd vor Kälte und Nässe kroch sie in eine Felsenhöhle. Da war es wenigstens trocken. Erschöpft vom Tanz und der ausgestandenen Angst, fiel sie sogleich in Schlaf. Und sie träumte. Vor ihr stand ein putziges Männlein mit einem seltsamen, ernstem Gesicht. Ein braunes Röcklein trug's und eine grüne, spitze Mütze hatte es auf. Mit strafender Stimme begann es, »Kennst du mich, Immergrün?« Immergrün sah das Männchen schlaftrunken an und schüttelte furchtsam das Köpfchen. »Ich bin der Tannengeist«, hub das Männlein von Neuem an. »Alle Tannen des Waldes sind mir untertan. Warum bist du ungehorsam gewesen gegen das Verbot der Mutter?« Das Tannenelfchen senkte bestürzt das Auge. Es wagte nicht zu antworten. Da reckte sich der Tannengeist und reckte sich, bis er riesengroß wurde. Und mit dröhnender Stimme rief er, »Du bist ein edel, Tannenelfchen. Du darfst niemals unedel handeln. Für dein Ungehorsam sollst du bestraft werden. Aus meinem Walde sei verbannt.« »Ach, lieber Herr Tannengeist«, fiel das Älfchen ihm schluchzend ins Wort, »Straft mich doch nicht zu hart. Ich bereue ja mein Ungehorsam so sehr. Ich will es auch ganz gewiss nicht wieder tun.« Die Züge des Tannengeistes wurden milder. »Von meinem Spruche kann ich nichts mehr zurücknehmen.« sagte er, nicht mehr ganz so streng. »Was ich einmal gesagt habe, erfüllt sich. Aber mildern will ich die Strafe, weil du Reue zeugst. Den Sommer über magst du noch hier im Walde bleiben, doch wenn es Winter wird, wenn die Tannen ihren weißen Flockenpelz anlegen, dann musst du fort aus deiner Heimat. Doch du sollst in der Verbannung Freude und Frohsinn verbreiten und von artigen Kindern magst du lernen, wie gehorsam belohnt wird. »Und nun werde ich dich von meinem Diener zu deinem Baume zurückführen lassen.« Er pfiff. Da sprang ehrerbietig ein Tannenzapfen in brauner Livret von einem Baum herunter, nahm das noch immer weinende Tannenälfchen an die Hand und führte es heim. Am anderen Morgen berichtete immergrün der Mutter ihren Ungehorsam und die Strafe des Tannengeistes. Aber die alte Tanne schüttelte verwundert das Haut. »Kind, Kind, du hast das ganze Zeug nur geträumt«, meinte sie schließlich. »Du bist gar nicht zum Ball gewesen. Ein Sommernachtstraum hat dich genaht. Ich will schon aufpassen, dass dich keiner aus dem Tannennag fortholt. Hab keine Angst.« Da war das Tannenälfchen wieder guter Dinge. Der Sommer verging und es dachte gar nicht mehr an den Spruch des Tannengeistes. Rau und kalt gingen die Winde, die Vöglein waren verstummt, die Blumen schliefen und der Wald hatte die weiße Schneezipfelmütze über die Ohren gezogen. Da ging es eines Tages, tapptapptappt, durch den hohen Schnee zum Tannhag. Bärtige Männer waren es, mit der Axt über der Schulter. Die Muttertanne hielt gerade ihr Nachmittagsschläfchen und auch das Tannenälfchen blinzelte müde und gelangweilt den Ankömmlingen entgegen. Prüfend schauten die Männer in die Runde. »Das ist der schönste Baum. Diese junge Edeltanne hier, die wollen wir zuerst schlagen.« Damit näherten sich die Männer immer Grünsbaum. »Was? Schlagen? Prügeln wollte man sie, aber sie hatte doch gar nichts Böses getan. Sollte der Tannengeist am Ende doch?« Tannenälfchen riss erschreckt die Blauaugen auf. »Au, au, ihr tut mir ja weh!«, schrie sie plötzlich aus Leibeskräften. Da hatte einer der Männer die scharfe, blankgeschliffene Axt dem zarten Bäumchen in die Seite geschlagen. »Bumms!« machte die Axt noch einmal und krachend fiel der Baum zur Erde. Tannenälfchen vergingen die Sinne. Sie hörte nicht das laute Schluchzen der aus dem Schlaf geschreckten Muttertanne. Sie sah nicht die verzweifelten Muttertränen, die in großen, dicken Tropfen Harz aus der Rinde hervorquollen. Und sie wusste nichts davon, dass sie die Männer, taub gegen den Schmerz der alten Tanne, mit vielen anderen Bäumen auf einen Karren luden und zur Stadt fuhren. Als Tanngrün aus seiner langen Ohnmacht erwachte, hielt sie erstaunt Umschau. Wo war sie denn? Statt in dem heimatlichen Winterwald stand sie in einem warmen, traulichen Zimmer und eine junge Frau mit glückselig lachenden Augen strich leise und zart über ihre Zweige. Und jetzt? Ja, sollte sie denn wieder zum Balle gehen? Wozu schmückte man sie denn so herrlich? Glitzernde Gold- und Silberfäden spann die Frauenhand durch das grüne Nadelkleid des Tannenälfchens. Rotbäckige Äpflein, goldene Nüsse und blinkende grüne, blaue und rote Glaskugeln hing sie in das feine Geäst. Tannenälfchen klatschte vor Freude so laut in die Hände, dass all die bunten Wachslichter, die sich ängstlich an die grünen Tannennadeln klammerten, vor Schreck zur Erde herabpurzelten. Und nun machte sie große Augen. Was breitete die Frau denn für seltsame Schätze auf die lange, weißgedeckte Tafel? Dieses schön geputzte kleine Dämchen da mit dem rosa Sonnenschirm und den starren blauen Glasaugen, war das ein Kind oder ein Elfchen? Niemals hatte Immergrün etwas Schöneres gesehen. Und daneben eine große Kochmaschine, Bilderbücher, Baukasten und Ach, ich fürchte mich, schrie Tannenälfchen plötzlich und verkroch sich ganz in ihren Baum. Da waren richtige kleine Soldaten aufmarschiert mit Gewehren und Kanonen, aber sie schossen nicht auf Tannenälfchen. Und als es Abend wurde, trat ein Herr an Tannenälfchensbaum, zündete die Lichtchen alle an, dass die Gold- und Silberketten nur so blitzten. Und die junge Frau setzte sich an das Klavier. Durch die geöffnete Türe aber stürmten jubelnde Kinder, und aus hellen Kehlen schmetterten sie ein Weihnachtslied. Das klang gerade so schön, wie das Jubilieren der Vögel im Walde. Und dann wiegte Lisbeth liebevoll das kleine Dämmchen mit den Glasaugen im Arm. Ilse kochte den schönsten Pfefferkuchenbraten aus der neuen Kochmaschine, und Fritz schrie, ganzes Bataillon marsch, und ließ die neuen Zinnsoldaten zur Parade antreten. Alle aber meinten, einen so schönen Weihnachtsbaum wie in diesem Jahre haben wir noch nie gehabt. Da machte das Tannenälfchen vor Freude und Stolz einen Luftsprung bis zur Spitze der Tanne, dass ihr schöner, silberner Edeltannenstern oben herausguckte und funkelte. Und die Kinder jauchzten, Ach, der schöne Stern! Draußen fielen die weißen Flocken, an den Fenstern blühten glitzernde Eisblumen, und drin schaukelte sich Tannenälfchen selig in seinen Zweigen und dachte, das ist ja noch tausendmal schöner und herrlicher als mein Sommernachtstraum damals in der Mondschein-Nacht. Heute erlebe ich das aller, allerschönste Wintermärchen. Das war ein Sommernachtstraum und Wintermärchen. Wenn dir die Geschichte gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du auf den Daumen hochklickst und du das Hörbuch mit jemandem teilst. Wenn du magst, hören wir uns bald wieder. Aber jetzt schlaf gut!